Moin Leute, neue Runde, neuer Skilllucky Shot, so, eingeschickt vom Deadly 001, der zielt hier auf dem Panzer 4, der steht da ganz gut, T43, das ist ja richtig aus, mal hier, so, ausgeblendet, dann denken wir nicht, dass er sich bewegt, kann sein, dass er getroffen hat, so, ziehen wir gerade den nächsten an, und der Panzer 4 ist dem tot gebrannt, ja, sehr schöner Schuss, und lol, sagt er alles, tja, hat er wohl jemanden, kein Feuerlöscher dabei gehabt, ja, perfekter Schuss, gut, dann bis zum nächsten Mal, bye, bye.